Hallöche Leute, hier ist wieder der Mitch Biber und heute gibt es nicht nur irgendein Review von einem Busby Blaster, sondern von dem Busby Blaster. Das ist nämlich die Busby Air Warriors Thermal Hunter, die Tamale Jäger. Und hier ist es eben das ganz Besondere, es ist nicht nur irgendwie ein Blaster mitgeliefert, den wir zwar auch vorstellen, aber das ganz Wichtige ist hier eben dieses wärmesuchende Zielvisier. Und das ist mal eben so mit drin und das Ganze kostet 50 Euro auf Amazon. Habe ich auch mal ein Link in die Beschreibung getan, könnt euch mal selbst von überzeugen. Ich meine, wir haben dieses Night Vision Gear von Nerf, das hat überhaupt nicht funktioniert und das kostet irgendwie 70, 80 Euro ohne mitgelieferten Blaster. Also hier wirklich großartiges Paket, wo wir mal gleich gucken, was da alles so mit drin ist und ob sich das lohnt. Hier auf dem Karton steht zum Beispiel noch, dass der Blaster 22 Meter weit schießen soll und dass das Zielvisier eine Reichweite von 18 Metern hat. Auch schon mal ziemlich cool. Auf der Rückseite dann nochmal eine kleine Bedienungsanleitung oder eher eine sehr ausführliche Bedienungsanleitung. Aber das Wichtige ist für uns erstmal, hier sind Drähte. Die müssen erstmal aufgemacht werden. Ungefähr 42 Versuche und nur ein Selbstmordversuch später haben wir dann hier alles ausgepackt. Können wir mal kurz durchgehen. Einerseits den Blaster, hier die Terminal Hunter. Sieht schon mal sehr schön aus. Und dazu haben wir sogar nochmal eine Schulterstütze mit drin. Dazu dann das hitzesuchende Visier, das Heat Seeking Scope. Und dazu noch sogar einen Steckschienenadapter. Den gibt es auch noch mit drin. Natürlich nochmal ein Magazin für 10 Busby-Pfeile in schwarz. Hier haben wir insgesamt nochmal 29 Busby-Pfeile. Vier kennen wir schon. Das sind diese lange Reichweiten-Pfeile. Mal blöd übersetzt. Und das hier sind die Präzisions-Profi-Darts. Insgesamt 25 davon. Bei einem 10er Magazin. Wir haben eine Menge Munition. Hier zuallererst mal den Blaster. Die Terminal Hunter. Hier mit so einem rot-weiß-grauen Design. Gefällt mir sehr gut. Wir hatten ja früher diese Busby-Blaster, wo sie zum Beispiel statt einem richtigen Logo nur so ein Sticker drauf gemacht haben. Das war alles grau und grau. Das war natürlich nicht so geil. Hier ist das schon mal ein richtig tolles Upgrade. Auf der Seite haben wir sogar noch einmal Terminal Hunter richtig aufgezeichnet in der Hand. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Und ansonsten, ja, mir gefällt das Design. Nur eine Sache stört mich da extrem. Das ist hier dieser Griff. Ihr seht schon, etwas längerer Blaster. Sieht cool aus, aber der Griff ist halt extrem klein. Für mich geht er noch gerade so, aber ich muss schon ganz schön quetschen. Und vor allem hier der Abzug. Der ist eben so blöd gesetzt, dass ich den nicht wirklich ziehen mag. Er ist einfach viel zu nah an der Hand dran. Man muss den Finger irgendwie total verdrehen. Außerdem, wenn ich den dann wieder loslasse, den Abzug, klemmt sich immer so ein bisschen Haut von meinem Finger hier unten mit ein. Es ist, weil es alles so eng ist. Das ist ein Problem. Aber ansonsten geht der Blaster schon mal so weit. Mir gefällt vor allem, wie weit vorne dieser Griff ist. Also der Griff hier, super gesetzt. Der hier leider ein bisschen blöd. Man kann ja auch richtig schön zurück nach vorne ziehen. Und dann feuern. Da hat es der Blaster eben auch gemacht. Ist auch sehr leicht und angenehm zu ziehen. Nur so vom Design her. Warum ist hier eine Lücke? Das hätten sie eigentlich noch so ein bisschen kaschieren können. Aber gut, muss ich mich nicht unbedingt drüber aufregen. Ansonsten sieht der Blaster eben schon mal nach einem richtig geilen Gewehr aus. Hat auf jeden Fall seinen Charme. Aber anbauen, ja, da wird es ein bisschen schlecht. Hier vorne zum Beispiel eine Laufverlängerung geht natürlich nicht. Von Nerf können wir da nichts dran bauen. Und wir hatten ja auch solche randschraubbaren Laufverlängerungen von zum Beispiel einer Master Tag oder einer Eradicator. Geht hier nicht. Der Lauf reicht aber auch schon. Und eine Schulterstütze, gut, das können wir ran bauen. Die ist nämlich mitgeliefert. Aber es gibt momentan, soweit ich weiß, keine andere, die wir hier ran bauen könnten. Oder die kann man nicht irgendwo anders ran bauen. Auf jeden Fall wird das einfach raufgesteckt. Und es klickt dann so rein. Das geht auch nicht einfach so ab. Dazu müssten wir unten nochmal diesen Knopf rein drücken und dann abziehen. Es hält auf jeden Fall erstaunlich gut drin. Es wackelt mal so ziemlich überhaupt nicht. Dafür hat man jetzt noch viel weniger Platz an der Hand. Und ich habe sogar das Gefühl, wenn ich das blöd halte, komme ich mit dem Handgelenk so an den Knopf. Dass ich es einfach abziehen könnte. Ja, ich habe es gerade geschafft. Aber wenn man die Schulterstütze jetzt einmal ran baut, dann hat man auf jeden Fall den Vorteil, dass man noch irgendwie anlegen kann. Das ist auch wirklich der einzige Vorteil, den man hat. Weil ansonsten ist es super unangenehm zu halten. Und man stößt hier gegen den Arm gegen oder hier gegen das Handgelenk. Wenn man es in einem ganz bestimmten Winkel hält, dann stört das nicht mal. Aber den hält man eben selten, wenn man irgendwo hinterherläuft. Wenn ich jetzt anlege, geht es auf jeden Fall. Also die Schulterstütze ist zwar sehr kurz und der Griff ist unangenehm nah dran. Man muss also hier irgendwie so einen Hühnchenflügel damit imitieren. Aber es geht auf jeden Fall. Und man kann sogar sehr genau zieren damit, weil man dann hier auch die Wange auflegt, weil es genau im richtigen Winkel ist. In bestimmten Situationen ist es praktisch, aber ich würde es allgemein weglassen. Zum Zieren auf jeden Fall haben wir hier vorne so ein richtig schön fettes Korn. Und das geht dann genau hier über diese Steckschie drüber. Die ist jetzt zwar nicht wirklich eine gute Kimme, aber man kann eben trotzdem ordentlich zieren. Ich meine, ich habe schon ein Schlimmeres erlebt. So, ich hoffe mal, ich zeige das hier auch richtig. So. Und dann würde ich allgemein sagen, ab mit dem Ding. Dann guckt das jetzt weiter raus. Das sieht nicht großartig aus. Und man kann es auch nicht anlegen, aber dafür ist eben noch ein ziemlich guter Blaster. Und mir persönlich gefällt das auch. Man kann hier sogar sehr schnell hintereinander schießen. Kann ich euch gleich mal zeigen. Wenn man eigentlich nur diesen Griff hin nach hinten zieht und dann nach vorne abdrücken. Das geht sehr schnell, besonders wenn man so ein bisschen damit geübt hat. Einen Rapid Fire Modus haben wir da allerdings nicht drin. Das heißt, wenn ich das hier drücke und nach hinten ziehe, würden dann keine Pfeile rausfliegen. Zum Laden dann her, wenn wir das Magazin nehmen, die Pfeile rein damit und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Übrigens ist es ja so, dass hier die Magazine und Pfeile mit Nerf Pfeile und Magazin austauschbar sind. Das heißt, ich kann auch genauso gut sowas hier machen. Passt hier absolut rein und dann kann ich sogar noch damit abschießen. Andersrum geht es natürlich auch. Hier so ein 12er Magazin aus der Nerf Reihe. Zwei Nerf Pfeile rein. Die Modus Pfeile in diesem Fall. Nach vorne und feuern. Funktioniert auf jeden Fall. Ist natürlich super praktisch, wenn man so wie ich jetzt hauptsächlich Nerf Blaster sammelt und sich dann einen coolen Busby Blaster ausguckt und dann denkt man, ah, den würde ich mir ganz gerne kaufen. Aber nee, dann müsste ich ja völlig neue Magazine und Pfeile ansammeln, um den richtig benutzen zu können. Pustekuchen braucht man nicht, man kann alles einfach austauschen. Außerdem wollte ich nochmal ganz kurz zeigen, dass diese Pfeile hier noch ein bisschen zusammenkleben. Das ist irgendwie, ich finde das super. Aber das sind ja sowieso nicht die, die wir benutzen wollen. Wir haben hier nämlich diese neuen Präzisions-Profi-Darts. Die kommen dann hier rein. Die sind so ein bisschen rot, anders geformt. Und wir haben ja insgesamt 25 von den Dinger mitgeliefert und nur ein 10er Magazin. Das heißt, wir können hier tatsächlich eine Menge damit feuern, selbst wenn uns ein paar verloren gehen. So schauen die dann aus. Und im Vergleich zu den Akustrike-Pfeilen von Nerf, die ungefähr den gleichen Effekt haben sollen, ja, ich finde die roten schon ein bisschen besser, die sehen gut aus. Hier reinstecken können wir dann das Magazin. Und um es einfach wieder rauszubekommen, hier unten ist so ein kleiner Knopf. Dran ziehen, kommt es dann wieder raus. Dann das wieder nach vorne und wir können feuern. Und die fliegen auch sehr, sehr gerade. Das müssen wir draußen mal beim Schusstest ausprobieren. Aber mir macht das schon mal richtig viel Spaß. Also man kann auch wirklich gut damit zieren. Man kann eine richtig gute Schussgeschwindigkeit damit haben. Und ein 10er Magazin ist nicht schlecht. So Standard bei Nerf ist ja ein 12er Magazin. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt sehr viel mehr. Und mit dem ganzen Austauschen, das ist echt geil. Der Blaster an sich würde ich sagen, ist erstmal nicht schlecht. Er ist mehr so mittelmäßig. Es könnte ein sehr viel besserer Blaster sein, würde hier der Griff besser funktionieren. Und ansonsten, es klappert ein bisschen. Es ist nicht die beste Qualität. Das hier stört mich so ein bisschen, also nicht großartig. Aber man kann es auf jeden Fall benutzen und mir macht der Blaster Spaß. Das Wichtige ist allerdings jetzt erstmal das hitzesuchende Zielvisier. Und auch sehr gut verarbeitet. Sieht schon schön aus. Ich habe hier die Batterien wieder jetzt reingetan. Einfach nur hier unten aufschrauben, aufmachen, Batterien rein, wieder zu, zuschrauben. Wie man das eben so kennt. Und das passt dann hier oben auf diese Busby Steckschiene mit drauf. So, raufdrücken. Äh, wer ich es dann richtig machen könnte. So. Und das hält auch gut dran. Was hier klappert, ist übrigens der Griff hier vorne. Nicht das Zielvisier. Das hält wirklich ordentlich fest. Klappert nicht. Wackelt auch kaum. Und das ist wirklich sehr gut verarbeitet, soweit ich das sehen kann. Besser sogar noch als der Blaster. Und dann haben wir hier nochmal ganz kurz das Gerät. Sieht auch schön aus. Trägt dies so viel auf. Mit Hitziges Korb, ja. Mit Low und allem. Und dann kann man hier das Ganze aus- und anschalten. Ist recht einfach. Außerdem um Modus. Oben rechts der Knopf. Damit kann man dann Hitze suchen, ausschalten. Ist einfach nur noch, ja, ein Zielvisier. Ändert sich sogar noch die Farbe des Kreuzes. Und Set, wenn man darauf drückt, stellt man die Grenztemperatur ein. Das heißt, worauf er sich einstellt. Wenn es dann heißer ist, dann wird dort unten dieses grüne Kreuz rot. Wenn es aber die gleiche Temperatur oder geringer ist, als das, was man eingestellt hat, ja, dann bleibt es halt grün. Wenn ich dann hier also rüber gucke, ihr seht diese graue Fläche dort oben. Dieses milchig-graue. Dort ist dann die ganze Magie. So, und wenn ich Modus einschalte, dann wird das Fadenkreuz blau. Und dann interessiert dir das Fadenkreuz auch nicht mehr, was dort oben für eine Temperatur ist. Ich habe es gerade nochmal gesettet. Dabei blinkt das Fadenkreuz. Und dann sieht man hier noch einmal ganz kurz, wie das funktioniert. Also, bis zu einer 18 Meter Reichweite soll es dann auch erkennbar sein. Und es funktioniert ziemlich gut. Man muss nur eben öfter mal einstellen, ja, das ist jetzt die Temperatur, das ist die Grenztemperatur. Und ansonsten ziemlich genau. Was es einem nur wirklich bringt, ist die Frage. Weil ich sehe mich gerade auf jeden Fall. Dafür brauche ich nicht unbedingt nochmal einen roten Punkt. Es ist auf jeden Fall interessant. Eine gute Technik. Man kann es auch als Feldstecher oder Ähnliches benutzen. Aber Anwendungsmöglichkeiten, wer weiß. Aber weil die Steckschienen von Busby und von Nerf natürlich unterschiedlich sind, kann man das hier nicht auf Nerf Blaster raufbauen. Es sei denn, man hat den mitgelieferten Adapter. Habe ich da so hier schon mal drauf gebaut. Und dann hat man hier unten eine Verbindung für Nerf Blaster. Dann kann ich das natürlich hier drauf schieben. Dabei haben wir allerdings das Problem, dass es ein bisschen sehr viel wackelt, dass es nochmal viel höher gehoben wird. Das heißt, wirklich damit zielen ist nicht möglich. Außerdem geht es sehr leicht wieder ab. Das ist also so ein bisschen ein Problem. Wahrscheinlich hatten die keine Nerf Steckschiene rumliegen, um das nochmal ordentlich auszuprobieren. Es ist also erstmal eine ziemlich interessante Idee, aber ich würde es nicht benutzen. Aha! Hat auch eben ganz schön Anstrengungen gebraucht, das hier wieder vom Adapter runter zu bekommen. Also wer das jetzt auf Nerf Blaster draufbauen möchte, Kleber, Panzertape, Kabelbinder. Also man hat genug Optionen. Andersrum geht das übrigens auch. Man kann hier das da raufstecken. Er hält aber auch nicht besonders fest dran. Und dann kann ich mir hier eine Nerf Anbaumöglichkeit draufbauen. Und es sieht ein bisschen Panne aus, wenn ich das noch aufklappe. So, dann kann ich das hier oben zielen, schieße da unten raus. Das klappt schon, also eher nicht. Also so bisher, das Zielvisier, sehr in Ordnung. Kann man auf jeden Fall mal benutzen. Hat aber nicht allzu viele Anwendungsmöglichkeiten, wenn ihr ihn nicht fragt. Ist aber sehr interessant, besonders für den geringen Preis. Und dann noch mitgeliefert der Blaster. Sehr interessant, allerdings, ja, braucht man auch nicht unbedingt. Und dann nochmal der Adapter. Sehr interessant, brauchen man aber auch nicht unbedingt. Was ich dafür sehr cool finde, sind die vielen Pfeile, die man mitgeliefert hat. Also richtig 25 Stück. Nochmal mit den vier ganz normalen, die man hier schon kennt, aber die neuen Profi-Darts. Mit denen kann man sehr genau schießen und die sehen auch cool aus. Und die sind eben in diesem 50-Euro-Paket sehr erschwinglich mit dabei. Und das Geile ist, man kann sie sogar noch nachkaufen. Und dazu werde ich dann auch nochmal ein Video machen. Nicht unbedingt heute, aber ich werde dazu noch ein Video machen, wo ich vergleiche, ja, was ist jetzt der Unterschied zwischen den Pfeilen und den Akku-Strike-Pfeilen von Nerf. Und kann die auch hier der Blaster abschießen? Sowas kommt auf jeden Fall noch. Aber wo wir schon bei Schießen sind, jetzt kommen wir erstmal zum wichtigen Teil, nämlich einem Schusstest für den Blaster. Dann habe ich hier jetzt diese zehn Profi-Darts. Fünf kommen geradeaus, fünf nach oben. Und ich glaube, damit fange ich heute mal an. Fünf nach oben, angewinkelt und feuern. So, das waren jetzt diese fünf. Sind noch schön weit geflogen, sehe ich schon. Aber jetzt sind wir die fünf geradeaus. So, und was ich jetzt nochmal machen werde, ist, ich habe hier weitere Magazinen liefern. Liegen, nicht liefern. So, die haben wir hier. Da habe ich zum Beispiel solche weißen Modulus-Pfeile von Nerf. Nochmal solche, die ich vorhin gezeigt hatte, von Busby. Und hier Akku-Strike-Pfeile, die sich ja vergleichen lassen mit dem Profi-Darts. Und die werde ich jetzt nochmal gerade ausschießen, an den gleichen Punkt. Und dann mal gucken, wie sich das Flugverhalten ergibt. Und dann haben wir nochmal einen schönen allgemeinen Vergleich zwischen denen hier. Dann haben wir hier die weißen Pfeile. Die kommen zuerst. Das ist so Standard von Nerf. So, die fünf sind weg. Ihr habt also gesehen, wo der Unterschied ist. Dann hier nochmal den blauen von Busby. Und dann hier die Akku-Strike-Pfeile. Das wird sehr interessant. Sind die beide denn jetzt ungefähr gleich gut? So, ich habe ziemlich genau auf den gleichen Punkt gezielt. Hoffentlich ist das auch alles gut mal weggekommen. Und dann mal nachgucken. Und hätte ich jetzt mit diesen Extra-Pfeilen nochmal angewinkelt geschossen, wären wir ungefähr auf das gleiche Ergebnis gekommen. Nicht mal an. So in der Relation. Den ersten hätten wir hier so einen blauen bei 9,40 Meter. Dann hier Akku-Strike-Pfeile bei 12 Metern. Ein Profi-Dart, auf den wir wirklich achten müssen, bei 12,40 Meter. Hier noch zwei Akku-Strike-Pfeile bei 13 Meter. Also, die sind sehr nah am Maßband. Sind aber auch nicht so weit geflogen. Hier haben wir dann den letzten. Der ist bei 13,40 Meter. Während wir hier zwei Profi-Darts haben bei 14 Metern. Die weißen Tarts sind recht früh verreckt. Hier wieder ein Profi-Dart. 14,90 Meter. Und 15,60 Meter. Und man sieht hier schon, überall diese weißen und blauen Pfeile sind sehr zu den Seiten abgedriftet, wenn sie auch weiter geflogen sind. Tatsächlich hätten wir die weitesten bei den blauen. Also die weißen sind jetzt irgendwo bei 16,50 Meter. Aber die blauen sind bei 17,70 Meter beim Geradeschießen. Oder einen bei 19 Metern. Und der weiteste hier bei 21,40 Meter. Und ich habe gerade geschossen. Dafür hatte der auch eine ganz komische Flugbahn, mit der man nicht zielen kann. Die fünf roten Angewinkelten sind noch sehr nah am Maßband. Bei 25 Metern. 25,20 Meter. 26,30 Meter. Sogar die beiden. Und der weiteste bei 27,50 Meter. Das war jetzt so eine ganz kurze Testreihe. Das ist noch nicht dieses super Video, das ich dazu machen wollte. Das ist auch kein großartig wissenschaftlicher Test. Das war einfach nur, um zu zeigen, ja, diese Pfeile stehen in Akkustreik-Pfeilen jetzt nichts wirklich nach. Vielleicht sind die sogar noch besser, weil sie ein bisschen weiter geflogen sind. Und ich muss sagen, der Blaster hat nicht nur ordentlich Kraft. Mit den Pfeilen ist auch nochmal sehr genau. Ihr habt gesehen, auf über 25 Metern immer noch so nah am Maßband zu sein, das ist wirklich gut. Zielen kann man damit auch. Das mittelmäßige Blaster hätte man noch ein bisschen besser verarbeiten können. Und dann wäre er mit der Menge an Pfeilen halt echt geil gewesen. Das hätte natürlich noch nicht die 50 Euro gerechtfertigt. Aber dazu nochmal dieses schöne Zielvisier. Das ist schon nur nochmal die Perspektive. Dieses Night Vision Gear von Nerve, das ich ja sehr schlecht bewertet hatte, weil es sehr schlecht funktioniert, besonders für den Preis. Das kostet 70, 80 Euro. Hier haben wir ein ordentliches Zielvisier mit einer ungefähr vergleichbaren Technik, das nicht nur richtig funktioniert, sondern eben auch noch sehr viel weniger kostet. Und dazu noch 29 Pfeile, von denen 25 halt echt super geil sind. Und nochmal ein Blaster. Und das ist schon verdammt gut. Eher mittelmäßig ziemlich gut. Schön, dass so viele dabei sind. Zielvisier, ich wüsste nicht, wofür man es wirklich einsetzen könnte, aber von der Technik her super interessant. Und der Adapter muss man nochmal bearbeiten. Aber ansonsten ein wunderbares Paket. Ich kann es nur empfehlen, wenn man noch 50 Euro übrig hat. Sehr geiles Experiment. Und ihr werdet definitiv nicht damit enttäuscht sein. Das wäre allerdings alles, was ich dazu zu sagen hätte. Mal sehen, ob nächste Woche mal was ähnlich Geiles kommt. Bis dann allerdings macht es nicht und beißt euch durch. Genießt das schöne Wetter. Euer Magic Beaver. Ciao.